Du willst Mitarbeiter wieder finden statt suchen? Deine Personalprobleme lösen? Dein Unternehmen mit passenden Bewerbern absichern? Ein Inserat schalten und auf Bewerbungen warten funktioniert heute leider meist nicht mehr. Durch eine attraktive Arbeitgebermarke kannst du dich erfolgreich am Arbeitsmarkt positionieren. Mögliche Bewerber kennen dich dann als guten Arbeitgeber und fühlen sich angezogen. Das funktioniert mittels Employer Branding, Active Sourcing, Social Recruiting, Talent Management und Onboarding. Oder du nutzt die Möglichkeiten, die Anstellungssache dir bietet. Mit unserer Kombination aus Personalwesen, PR, Werbung, Marken- und Organisationsentwicklung lösen wir deine Personalprobleme. Und du kannst dich wieder auf dein Kerngeschäft konzentrieren. Du und deine Mitarbeiter. Denn die hast du dann wieder. Dank deiner Einstellungssache zur Anstellungssache.